hast du das gefühl dass du dich mit deiner seele wirklich verstehst in der tiefe und hast du das gefühl dass du auch deine seele in der tiefe verstehen kannst und wirklich im bilde bist was sie eigentlich möchte was sie plant wie sie tickt wenn ich dich jetzt fragt gegen kontakt mit deiner seele und sagt mir was da kommt kommt er was kommen da worte kommen da bilder kommt ein gefühl kommen der erinnerungen oder ist es eher ein großes fragezeichen mit der frage wo ist sie eigentlich meine seele wie kann ich sie greifen und begreifen und was möchte sie eigentlich von mir hat sie einen plan welchen plan hat sie und wenn sie einen plan hat erfülle ich den auch im sinne meiner seele und wenn du dir diese fragen vielleicht gerade auch in diesen zeiten immer häufiger stellst dann hoffe ich dass ich dir mit diesem video weiterhelfen kann denn da erkläre ich dir wie du besser in kontakt kommen kannst mit deiner seele und nach und nach hinter dieses mysterium seele blicken kannst der begriff seele ist in unserer sprache ganz natürlich eingewogen wir sagen oft ich bin beseelt von irgendwas oder das spricht mir aus tiefster seele und wir sagen auch das ist die seele des hauses das heißt da wissen wir eigentlich schon wenn wir das benutzen dass da irgendwas tieferes durch uns sprechen kann als diese körperliche hülle es eigentlich hergibt dass es daraus gibt was der eigentliche grund ist und die die eigentliche nahrung für unser leben und dieser körper ist ja die wohnstätte für unsere seele und wir haben ihn damit wir die erfahrungen der seele ins leben bringen können und dadurch wachsen können an liebe und an erkenntnis und wenn man sich also nun die frage stellt was ist denn eigentlich der hauptplan der seele dann ist es im grunde genommen dieser plan einfach hier zu sein und dem leben dem göttlichen und der entwicklung zu dienen durch seinen körper die erfahrungen der seele zu ermöglichen und der seite von anfang an gesagt dass diese mission schon erfüllt ist an dieser stelle wenn du dich fragst wo ist eigentlich meine seele mission was ist die berufung dann ist das eigentlich die hauptantwort die auch immer gegeben wird wenn ich in kontakt gehe mit meiner geistigen quelle solia dann wird erst mal hier der wind aus den seelen genommen und die beunruhigung dass man hier irgendwas falsch machen könnte das gefühl dass man den seelenplan verfehlen könnte ist eine ganz große last für viele menschen vielleicht hast du auch das gefühl dass du es nicht richtig machst und dass du es besser machen könntest und hier sagt die geistige welt immer es ist genau richtig so wie du es gerade machst und die seele spricht durch dich in jedem moment deines seines und es ist lediglich eine frage wie bewusst kannst du denn diese signale aufnehmen und hier wird es spannend hier wird es interessant und hier wird es auch wichtig für dich denn wenn du in diese bewusstheit kommst und wenn du lernst wie du diesen kontakt zur seele aktiv und gleichzeitig passiv gestalten kannst denn es ist ein aufnehmen es ist ein raum machen für die seele und das immer beim ersten ersten wichtigen punkt der raum für die seele und wenn du mal auf dein leben schaust wie es gerade ist dann stelle ich dir jetzt mal die frage wo ist denn da raum für deine seele wo sind da inseln in denen du eintauchen kannst in denen du überhaupt bereit wärst deine seele zu hören geh mal kurz in das gefühl lass denn deinen alltag mal so an dir vorbei sausen und schau mal hin wo wärst du bereit deine seele zu hören wenn sie dir was sagt vielleicht merkst du dass der tag sehr voll ist dass viele dinge wichtig geworden sind in deinem leben und dass am ende des tages viel passiert ist und gleich im gleichen zug bist du nicht sehr viel weiter gekommen in dieser kernfrage was möchte eigentlich meine seele du hast dich viel gekümmert um ja vielleicht um deinen beruf um dein auskommen vielleicht waren viele verbindlichkeiten auch da dass du für andere da sein musstest oder durftest vielleicht hast du auch dich mit vielen dingen einfach abgelenkt vielleicht hast du auch im moment gar nichts zu tun für es ist eine große leere in dir fühlst dich in gewisser weise verloren und hast keinen keinen wirklichen bezugspunkt zu diesem ganz natürlichen navigator seele und wie schon gesagt kommuniziert die seele unablässig mit tier und es geht im kern darum dich durchlässiger zu machen und dich verständnisvoller zu machen für das was die seele dir sagt die seele kommuniziert ob du sitzen und merkst oder nicht spätestens merkst du es wenn krankheiten ins spiel kommen wenn die signale der seele ins körperliche reingehen und dich dadurch aufwecken wollen denn die seele möchte 1 sie möchte sich selbst erkennen sie möchte immer tiefer in sich eintauchen sie möchte durch diesen körper wieder in diese in dieses einheitserlebnis kommen wo sie sich auf die reise gemacht hat in dem körper zu gehen und durch den körper durch diese begrenzung wieder ins grenzenlose zu kommen und da kannst du ihr unglaublich zur seite stehen indem du dich immer wieder zuwendest zu ihr und offen bleibst für das was sie dir da sagen möchte denn es ist nicht die frage dass du deinen seelen weg jemals verfehlen kannst die seele ist dir auch nicht ist dir auch nicht böse dieses diese diese bewertung existiert nur in unserem irdischen denken die seele agiert nicht und denkt nicht in form von schuld oder bestrafung wenn du dies gemacht und das gemacht hast dann bestrafe ich dich dafür in dieser oder jener weise die seele hat sich dinge vorgenommen für dieses leben das kann man auf medialer ebene immer ganz gut nachvollziehen denn aus dieser geistigen welt aus dieser geistigen ebene kommen sehr reine informationen und da kommt diese vogelperspektive und es gibt auch menschen die sich noch erinnern können in ihrer aktiven inkarnation als sie den plan gefasst haben hierher zu kommen auf die erde was sie da genau vor hatten sie haben wirklich bestimmte punkte gesehen auch schmerzpunkte zu sagen genau das möchte ich kennenlernen in diesem leben und deswegen ist es auch gar keine grundsätzliche frage dass das leben immer locker flockig geht die seele kann sich auch sehr herausfordernde wege gewählt haben um für sich die erfahrungen zu machen die sie die sie machen möchte und umso wichtiger ist es zu verstehen und gefühl zu bekommen was die seele eigentlich gerade vor hat gerade in schwierigen phasen ist es besonders wichtig denn wenn man diese entwicklungsprozesse nicht zulassen kann von seiner seele wenn es da mal gerade richtig zur sache geht und du aber das gefühl hast ich weiß in der tiefe dass da meine seele gerade am transformieren ist dass hier was durch mich durch möchte und ich gebe diesen plan jetzt vollen freiraum ich wäre mich nicht dagegen ich stelle mich nicht ergeben ich ich gebe mich dem hin ich nehme mir zeit um diese gefühle zu fühlen dann tust du sie der seele den großen dienst wenn du das gefühl hast hat das passt irgendwie nicht zu meinen vorstellungen denn das leben soll eigentlich in dieser und jener und weise sein vielleicht ist eine vorstellung gekommen ist muss immer alles in harmonie sein oder schön und gut dann stellst du dich in den weg für diesen natürlichen heilungsprozess den da in diesem fall deine seele angestoßen hat und den sie durch dich leben möchte das nur als beispiel dafür wie man prozesse in diesem leben auch betrachten kann wenn man das gefühl hat ich bin wirklich mit meiner seele verbunden aber wie schafft man nun diese verbindung zur seele wie kommt man in diese in dieses tiefe gefühl dass man weiß wie die seele tickt und was sie möchte und es ist im grunde genommen ganz leicht denn wie ich am anfang schon gesagt habe es braucht erst mal einen raum für die seele wenn du den ganzen tag nur am wuseln bist und überhaupt nicht zur ruhe kommst dich nicht öffnen kannst keinen raum bereitstellt um die seele mal zu wort kommen zu lassen und dieses zu wort kommen kann ich verschiedene verschiedene formen annehmen es kann wirklich ein gesprochenes wort sein indem du dinge hörst es kann sein dass du einfach ein gefühl hast dass das jetzt richtig ist deine intuition mit dir spricht du das gefühl hast ja ich kann es nicht wirklich erklären aber ich mache das jetzt weil ich weiß dass es richtig ist muss es auch gar nicht wirklich erklären diesen willen der seele muss man gar nicht erklären das ist auch ein wichtiges entscheidungskriterium für dich dass keine erklärung mehr notwendig ist für seelische entscheidungen das macht man einfach heraus aus diesem gefühl ich weiß dass es richtig ist häufig ist es jedoch so dass man dieses wort und dieses gefühl zwar vernimmt aber man traut sich nicht dazu zu stehen man wird unsicher und vielleicht kennst du das auch dass du das gefühl hattest ich habe da eine botschaft von meiner seele bekommen aber du traust dich nicht diese diese botschaft auch umzusetzen bestimmte schritte bestimmte entscheidungen in deinem leben zu treffen ich kann dir selber aus meiner eigenen erfahrung erzählen als ich meinen großen umbruch hatte vor vielen vielen jahren als ich meine meine feste hochschuldozentur aufgegeben habe zugunsten eines lebens wo ich gar nicht wusste wo es eigentlich hingeht da gab es auch keine wirkliche begründung dafür da gab es nur ein zappeln davor wo ich mich noch ein bisschen gewehrt habe dagegen gegen diesen schritt mich wirklich noch mal ganz neu diesem seelischen zu öffnen das war wirklich das gefühl damals dass ich mein leben noch mal neu aufs tablett legen möchte und der seele die möglichkeit zu geben entscheide du ich gebe dir das jetzt noch mal in die hand und wähle du aus was du gerne haben möchtest was es jetzt sein soll und so bin ich diesen schritt damals gegangen habe mich auf ein neues leben und auf eine neue berufung eingelassen habe raum gemacht und das ist also das wichtige auch für dich dass du dir räume suchst dass du am tag immer wieder anhältst und raum machst um in dich rein zu spüren in dich rein zu hören vielleicht tut es dir in der natur gut vielleicht tut der musik oder malen gut und allerlei dinge die dich beruhigen die dich so rausholen aus deinem aus deinem alltagstrott aus deinem programmierten verstandes denken und aus deinem leben das geprägt ist davon von einem zum anderen zu hüpfen und wenn man immer von einem zum anderen hüpft dann kommt kein raum dazwischen dann kann die seele auch nicht so einfach sprechen durch dich sie wird trotzdem sprechen aber du kannst dein leben unglaublich leichter machen und freudvoller und friedvoller wenn du diesen raum bereit stellst und hier kann man auch verschiedene dinge aktiv tun um sich sozusagen mit dem potenzial der seele auseinanderzusetzen es gibt sehr viel literatur aus der geistigen welt um so hinter die kulissen zu blicken du kannst es dir so vorstellen wie ein mathematikbuch früher wo du vielleicht aufgaben lösen musstest und du konntest dann vielleicht hast du es auch ab und zu gemacht hinten im lösungsheft nachschauen wie das ergebnis ist ich habe das jedenfalls oft gemacht das problem war dabei man hat dann ist die zahl gesehen aber man wusste noch nicht wie der rechenweg war und so ist es hier auch mit der literatur zum beispiel sehr wertvoll hier sind die archetypen der seele es gibt auch andere aber das ist das modell das ich immer am meisten empfehle um einzusteigen in die seelenlehre da kriegt man dann auch informationen über seine seelenrolle über seine seelischen ängste über das entwicklungsziel der seele und man kriegt eine information ein ergebnis ein potenzial und das kann dann in einem arbeiten das kann dinge aktivieren wie auch bei dieser rechenaufgabe dass du sagst okay wie wie kommt man jetzt darauf wo liegt es in mir wo ist da dieser weg wie kann ich diesen weg gehen um zu diesem potenzial zu kommen das ist kein ergebnis deswegen hinkt der vergleich natürlich ein bisschen aber er ist trotzdem griffig genug damit du verstehen kannst was hier gemeint ist das ist eine möglichkeit ein bisschen hinter die kulissen zu blicken und zu begreifen nicht mal zu verstehen sondern energetisch zu begreifen wie deine seele tickt und wie wie sie sich dieses leben auch geplant hat und dann gibt es auch eine ebenso probate möglichkeit sich mal zu versuchen in medialem schreiben so hat zum beispiel mein medialer weg begonnen indem ich meine seele befragt habe in einem ritual gibt es einfache techniken die man lernen kann die ich auch immer wieder anbiete in meinen kursen und da kann man sehr sehr tief eintauchen in seine seele und bekommt wirklich antworten aus erster hand nicht über irgendein medium über niemanden anders sondern nur von dir zur seele und das kann ein sehr tiefes verständnis und wird ein sehr tiefes verständnis für dich und deinen seelen plan entwickeln und fördern und eine wunderbare möglichkeit ist auch sehensprache zu wieder zu erlernen die sprache der seele dieses wunderbare sprechen in unverständlichen worten es ist wirklich für den verstand nicht verständlich ich gebe dir ein kurzes beispiel wie meine sehensprache klingt kannst du das mal hören falls du es noch nie gehört hast aber im moment ja sehr weit verbreitet viele menschen lernen sehensprache lichtsprache und deswegen hast du es vielleicht schon gehört aber trotzdem ist es immer wieder ein wunderbares erleben wenn man selber spricht und auch hört also meine sehensprache klingt zum beispiel so ja ja und die sehensprache und die sehensprache ist also ein ganz ganz wunderbares mittel um die die seele zu verstehen um dieses band zu stabilisieren und einen neuen kontakt zu diesem nicht greifbaren aber doch erlebbaren potenzial zu schaffen und abschließend sind natürlich auch träume sehr wichtig zu beachten über träume da hast du stellst du deine seele auch wirklich raum zur verfügung um mit dir zu sprechen und auch deiner seelenfamilie übrigens die seelenfamilie ist sozusagen der verbund in dem du eingebunden bist laut den archetypen sind es ungefähr 1000 seelen und diese seelenfamilie hat auch einen auftrag die hat eine eine seelenmission eine seelenfamilie aufgabe in die du eingebunden bist als teil dieser familie und da kann man auch auf mediale ebene einsteigen und diesen plan ermitteln und all das sind so hinweise die eine erinnerung in dir wachrufen was eigentlich dein eigentliches potenzial ist beschreiben können in der in der letztendlichen tiefe wirst du es nie können da werden die worte aufhören müssen aber auf dem weg dorthin gibt es viele möglichkeiten um sich den weg zu erleichtern um wieder wie im gebirge so einen haken zu finden der einem den nächsten schritt ermöglicht auf dem weg und da kann die geistige welt mit sehr von nutzen sein auch die beschäftigung mit entsprechender literatur es gibt also wirklich ganz ganz viele möglichkeiten die auf dich warten wie du dein seelisches potenzial wieder aktivieren kannst du wieder rein kommst in diese belebung in diese beseelung wie du wieder raum schaffst für dein einzigartiges seelisches potenzial und wenn du da mehr darüber wissen möchtest dann lade ich dich ganz ganz herzlich zu meinem kostenlosen webinar lebe deine mission ein es findet statt am 14.05.19 Uhr im solier lichtraum und du kannst dich ganz einfach über einen zoom link einwählen musst dich nicht anmelden sondern sei einfach dabei und lass dich inspirieren für dein leben für deine nächsten schritte auf dem weg in dein erfülltes seelenleben alle infos dazu findest du in der video beschreibung und ich freue mich dich dort zu sehen und ich hoffe sehr dass ich dich mit diesem video ein bisschen inspirieren konnte und dir wieder lust gemacht habe auf deine seele denn sie hat dir sehr sehr viel zu sagen und sehr sehr viel zu geben und ich kann dir nur wünschen dass du diesen kontakt wieder herstellst und herstellen kannst in deinem leben und damit wirklich in ein farbenfrohes und buntes leben kommst geführt von deiner seele ja 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 ja